Also Daniel, Versuch Nummer 30. Mein Gott. Ich fahre Dirt Rally in einem untersteuernden Mini mit Frontantrieb. Deswegen sitze ich auch auf der rechten Seite, was sicherlich dem klugen Schauer angefangen ist. Die Gänge sind sehr lang, es ist absichtlich von mir eingestellt. Wird man später noch sehen warum. Diese Ready Stage hat es in sich. Ich denke, alle wissen die Ready-Sprache. Wenn nicht, dann sage ich das Wichtigste, Crest heißt Jügel. Das ist das Einzige, was man über diese Ready Stage wissen muss. Das ist das Einzige, die Stich. Das ist das Einzige, die Stich. Das ist das Einzige, die Stich, die Stich. Egal Oh ja, ich bin Ich hab Zeit verloren Ich muss mich mal wieder konzentrieren Ich muss mich mal wieder konzentrieren Titans 3? Oh ja, oh ja Don't cut, open 6 and continue 4, 30 And times 5 over crest And opens middle over crest Into right 4 long Don't cut and crest 60 crest And middle over crest Middle over crest jump Into left 6 half long Don't crest jump maybe 80 Ah Oh Good split Deceptive Deceptive Into right 6 Into left 5 half long Titans 3 And right 3 over crest Don't cut 60 over long crest And crest And crest Portion right 6 over long crest jump maybe 60 Portion left 4 long over crest Titans 3 don't cut Slay mid 60 Oh, was? Wo muss ich hin? Oh, fuck Fuck Don't cut Don't cut Was? Oieieieiei Wo geht's lang? Rechts, oder? Into right 4 Right And left 4 half long Open crest jump And crest Into left 4 times 3 past junction Left 4 times 3 Left 4 times 3 And right 5 over crest And left 4 long Half junction Don't cut Titans 3 long Don't cut Don't cut And right 4 half long Opens to finish Opens to finish No way I FINISHED IT I FINISHED IT HA HA Yes Ha Ah 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 I Got it Oh My God Ah